Liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauerhause? Heute Morgen wird geschlachtet. Wir schlachten einen Ochsen. Der wird jetzt dann um 8 Uhr vom Metzger abgeholt und wird im Schlachthaus Erzigen geschlachtet. Wir verkaufen den direkt ab. So, der Metzger fährt vor. Der Ochse wurde verladen und es ist jetzt schon im Schlachthaus Erzigen. Hier ist noch das Begleitdokument, ein Doppel für mich. Das füllt man in der Schweiz direkt im Internet aus, meldet das Tier ab und druckt zugleich ein Begleitdokument aus mit allen Angaben mit Strichcode des Tieres. Bei aller Bürokratie, die ich sonst hasse, finde ich dieses System sehr gut. Das Tier ist abgemeldet, das Begleitdokument ausgedruckt und alles ist in Ordnung. Und die Tierverkehrsdatenbank in der Schweiz heisst agathe.ch. Schaut euch da mal rein, das funktioniert einwandfrei. Die Anmeldung und Abmeldung von Tieren ist wirklich sehr komfortabel und jedes Tier ist registriert über das ganze Leben lang. Wir haben hier die hintere Weide wieder geöffnet. Die waren jetzt ein paar Tage abgesperrt. Jetzt gibt es da auch noch Futter zu holen. Ja, und was denkt ihr, was da weiterläuft beim Bauerhausi um 9 Uhr morgens? Ich bin immer froh, wenn ich Tiere verladen habe und es ohne Probleme gegangen ist, so wie heute. Das ist, ja, bin ich da erleichtert. Gut gegangen, alles okay.